Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xbox Aktuell. Mein Name ist Marc und heute werfen wir einen Blick auf die Games with Gold für den Monat August. Ihr wisst Bescheid, es gibt wieder vier kostenlose Spiele für alle Xbox Live Gold Abonnenten beziehungsweise alle Inhaber des Xbox Game Pass Ultimate. Zwei etwas neuere Titel und zwei etwas ältere. Vom 1. bis zum 31. August gibt es das Rollenspiel Calico von Whitethorn Games und PJ Keen aus dem Jahre 2020. Vom 16. August bis zum 15. September gibt es das Jump'n'Run Scotchbringer von Dear Villagers und Flying Oak, ebenfalls aus dem Jahr 2020. Vom 1. bis zum 15. August gibt es das Action-Adventure Saints Row 2 von Deep Silver und Volition aus dem Jahr 2009. Und vom 16. bis zum 31. August gibt es das Action-Adventure Monaco What's Yours Is Mine von Humble Games und Pocket Watch aus dem Jahr 2013. Direkt im Anschluss findet ihr jetzt wie gewohnt die Trailer zu den vier Spielen. Verratet mir in den Kommentaren gerne, was ihr vor den Games with Gold August 2022 haltet. Ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle und sage Film ab. Couple! Hu-Hh-Hu-H! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020